Ah, okay. Also du hast schon kalkuliert. Das sind so kalkulierte Reden. Ja, ich habe gewusst, dass sich da Leute provoziert fühlen, aber ich habe mir gedacht, warum mal nicht? Kann ich doch auch mal machen, ein bisschen provozieren. In der zweiten Rede im Bundestag. Du bist da relativ neu drin und dann sagst du, komm, jetzt haue ich mal drauf. Ja, warum nicht? Ich habe gewusst, ich kriege sowieso einen Shitstorm. Bundestacheles. Real Talk aus dem Bundestag. Mit Christian Ort und Stefan Pilsinger. Hey, herzlich willkommen zu Bundestacheles Episode 4. Krass, oder? Schon die vierte Folge. Und damit auch die Folge, in der sich entscheidet, ob es weitergeht mit Bundestacheles Real Talk aus dem Bundestag oder eben nicht. Mir macht der Podcast ehrlich gesagt ziemlich viel Spaß und euch auch ein bisschen, wenn das Feedback, das ihr mir so schreibt, auch wirklich stimmt. Aber Stefan Pilsinger, der hatte ja erst einmal nur für vier Folgen zugesagt. Wollte wahrscheinlich auch erst mal schauen, wer ich eigentlich so bin und wie das hier so läuft. In dieser Folge, in Folge vier, sprechen wir darüber, wie das so ist, im Bundestag dann unter dem Adler am Redepult zu stehen und eine Rede zu halten. An alle. An Deutschland. Aber wer hat eigentlich wie viel Redezeit? Und werden wirklich um zwei Uhr morgens noch Reden gehalten? Und wie ist das eigentlich, wenn man auf die eigene Rede so einen Shitstorm bei YouTube bekommt? Also wenn die total zerpflückt wird? Das möchte ich diesmal wissen und natürlich wie immer vieles mehr. Und diesmal gehe ich aber auch mit einem leicht mulmigen Gefühl in die ganze Sache hinein, denn vielleicht ist es ja schon die vorerst letzte Folge von Bundestageles. Hallo Stefan Pilsinger. Servus. Schön, dass es wieder geklappt hat. Erst einmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Du bist unter der Woche 34 Jahre alt geworden. Hast du denn Corona gemäß auch irgendwie gefeiert? Ich feiere nie Großgeburtstag. Ich bin dann jetzt in die Arbeit gefahren, ganz normal. Ich habe dann meine Praxis gemacht und ich habe dann ein paar Anrufe bekommen und ein paar SMS. Ich gehe dann bei meinem Geburtstag immer wenig dran. Ich freue mich natürlich, dass man irgendwie an mich denkt. Ich finde aber irgendwie, Geburtstag ist nicht so der Punkt, wo ich irgendwie stolz drauf bin. Ich verstehe auch, wenn man nicht mir unbedingt schreibt oder mich anruft. Ich habe ja nichts zu beigetragen irgendwie, dass ich Geburtstag habe. Und deswegen feiere ich das auch im Normalfall irgendwie nicht so richtig. Wer macht denn in Berlin die besten Geburtstagspartys? Könnte ich jetzt gar nicht so spontan beantworten. Also so gibt es oft mal einen Umtrunk, dass wir uns auf ein Bier treffen im Ossi. Das ist ja das Lokal neben dem Parlament. Aber so richtige Geburtstagspartys gibt es jetzt in Berlin nicht. Macht da keiner eine richtig gute Party mal an seinem Geburtstag? Ich bin 50 geworden. Let's go. Ich bin zumindest nicht dort gewesen. Du bist nicht eingeladen. Ich bin auch niemand, der auf Partys geht. Also es gibt ja bestimmt andere Experten. Ja, in Berlin gehe ich da nicht auf Partys. Also ich bin meistens so müde, dass ich dann ins Bett gehe. Ich bin da einfach müde. Ich muss am nächsten Morgen wieder aufstehen. Krass. Okay. Also gar nie Partys. Weil der Kubicki hat mal erzählt, dass man in Berlin dauernd Gelegenheiten hat, Alkohol zu trinken. Man kann vormittags um 10 oder 11 schon anfangen mit einem Glas Sekt und hört dann abends um 10 Uhr auf. Ich trinke abends mal ein Bier. Also so richtig viel Alkohol trinken ist seit meiner Studentenzeit eigentlich gar nicht mehr. Und ich glaube, es ist schon möglich, dass man auf irgendwelchen Sektempfängen am Vormittag rumhängt. Aber bei mir ist das so, wenn ich am Vormittag Alkohol trinke, dann ist der restliche Tag für mich gelaufen. Dann muss ich irgendwie schlafen gehen. Deswegen, ich bin da jetzt nicht der Typ dafür, der irgendwie am Tag über Alkohol trinkt. Geht mir genauso. Eine andere aktuelle Sache noch. Wir haben ja in Folge 2 auch darüber gesprochen, über die Abgeordnetenentschädigung, über die Diäten. Und ich habe diese Woche gelesen, wegen der schlechten wirtschaftlichen Entwicklung werden im Juli, zum 1. Juli, wohl zum allerersten Mal im Bundestag die Diäten gesenkt. Es gibt 60 Euro weniger für die Abgeordneten. Also auch für dich, willst du jetzt protestieren, habe ich mich gefragt. Ach nee. Ich glaube, wir haben bewusst beschlossen am Anfang der Legislaturperiode, dass wir es an die allgemeine Lohnentwicklung ankoppeln wollen. Und die Lohnentwicklung ist halt immer nach oben gegangen. Deswegen sind unsere Diäten auch nach oben gegangen. Und jetzt sinkt die Lohnentwicklung und jetzt gehen die Diäten zurück. Ich finde das auch fair. Wir haben ja sogar außerordentlich im letzten Jahr entschieden gehabt, obwohl die Lohnentwicklung ein bisschen nach oben gegangen ist, dass wir keine Erhöhung machen. Aber ich bin da locker. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, dass wir jetzt irgendwie 60 Euro weniger bekommen. Gut, dann zum Thema der heutigen Folge. Heute spazieren wir mal ganz easy ins Herz der Demokratie, würde ich sagen, in dem Bundestagsplenarsaal. Ich habe mich daran erinnert, was du in der ersten Folge gesagt hast. Ich werde im Moment nie vergessen, wo ich da auf den Adler, der hinter dem Rednerpult hängt, geschaut habe und gedacht habe, hey, das ist wirklich Realität. Und ich darf jetzt hier daran mitarbeiten, zum Wohl des deutschen Volkes irgendwie beizutragen. Also heute sind wir an diesem Rednerpult im Hohen Hause, heißt das ja auch. Und wie die Stimmung dort so ist und wie es auch so ist, als Bundestagsabgeordneter dort zu stehen und dann wirklich eine Rede zu halten, darüber wollen wir heute sprechen. Und zum Start wollte ich dich fragen, kannst du dich noch daran erinnern, wann du deine erste Rede gehalten hast und zu welchem Thema? Ich glaube, meine erste Rede habe ich zum Thema Reproduktionsmedizin gehalten und da ging es irgendwie darum, dass der Staat verstärkt Mittel dafür ausschütten sollte, dass Frauen, die keine Kinder bekommen können, finanziell unterstützt werden, wenn sie diese künstlichen Befruchtungen bekommen. Und weißt du noch, an welchem Tag das war? Kann ich überhaupt nicht mehr sagen, welcher Wochentag das jetzt gewesen ist, aber diese Rede habe ich damals über die Familien-AG zugewiesen bekommen, recht kurzfristig auch. Ich war schon irgendwie aufgeregt, weil einen Tag, Woche hat man eben gesagt, du, morgen deine erste Rede. Echt so spontan? Das war schon spannend. Ja, ganz spontane Rede, ja. Und dann haben mein Büro und ich jetzt erstmal angefangen, die Rede zu schreiben. Deswegen total überraschend, dass ich diese Rede halten durfte. Okay, ich habe nachgeguckt, das war der 1. Februar 2018, 16.13 Uhr. Ich würde sagen, wir hören mal rein. Herr Präsident, meine Damen und Herren, mit Freude habe ich vernommen, dass die FDP mit ihrem Antrag zur Ausweitung von Kinderwunschbehandlung sich des Themas der Fortpflanzung annimmt. Es ist die zentrale Aufgabe der Gesellschaft, sich der Weitergabe des Lebens anzunehmen und dafür entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, dass in der Bundesrepublik Familien und werdende Familien unterstützt werden. In Artikel 6 des Grundgesetzes ist dies verfassungsrechtlich verbürgt. Die FDP will mit ihrem Antrag nun eine Ausweitung der Kinderwunschbehandlung erreichen. Auch ich denke, unsere Gesellschaft sollte eine kinderfreundlichere Gesellschaft werden. Das war damals die 11. Bundestagssitzung, Tagesordnungspunkt 8 und die Rede hat 6 Minuten 36 gedauert. Ist alles dokumentiert, kann man online alles nachlesen. Du hast dich am Anfang so geräuspert, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, ein bisschen lachen müssen, weil ich mir dachte, boah, der ist ganz schön nervös. Ja, also bei so einer ersten Rede ist man natürlich nervös. Es war ja sehr kurzfristig, dass ich die Rede gehalten habe und es war jetzt auch nicht das Thema, wo ich extrem eingearbeitet bin und habe damals auch nicht gewusst, was auf mich zukommt und wie das so abläuft. Und 6 Minuten sind im Deutschen Bundestag gar nicht wenig. Normalerweise hält man nur so 3 bis 4 Minuten reden. Also 6 Minuten da reden ist gar nicht wenig, auch für die erste Rede. Und das Interessante war, dass ich damit sogar noch in die Medien gekommen bin. Ich persönlich glaube ja im Nachgang, dass die einfach nichts anderes gehabt haben und deswegen Teile der Rede da genommen haben. Ich habe da im Nachgang, haben mich Freunde angerufen und gesagt haben, du Stefan, du warst heute bei Bayern 3. Dann habe ich mir gedacht, ja Wahnsinn, dass ich mit so einer Rede ins Radio komme. Du hast schon gesagt, dass du einen Tag vorher erst Bescheid wusstest, dass du am nächsten Tag reden sollst. Wie läuft das denn ab? Wann erfährt man denn, dass man reden muss und wer redet eigentlich wann? Also wir haben ja immer am Dienstag unsere Sitzung von der AG, den AG der Fachpolitiker. Ich bin in der AG Familie und AG Gesundheit und dort wird dann besprochen, ja wir haben nach Fraktionsstärke so und so viele Minuten zugeteilt. Dann teilen wir das auf, in wie viele Redner, mindestens zwei, drei Minuten. Unterscheidet sich das jedes Mal nach Fraktionsstärke, je nach dem Thema oder? Für jedes Thema ist unterschiedlich viel Zeit angesetzt und dann wird nach prozentual aufgeteilt, wie viel jede Fraktion Redezeit bekommt. Ja und wer entscheidet, zu welchem Thema wie viel Zeit ist? Ja, das können die Fraktionen. Jede Fraktion hat so und so viel Zeit, die sie immer ansetzen können, um das auf die Tagesordnung zu heben und das bestimmt dann der Ältestenrat. Der Ältestenrat ist so ein Gremium, das zur Organisation des Parlaments beiträgt, zusammen mit dem Parlamentspräsidenten. Wer sitzt da drin, die ältesten Leute im Bundestag? Nee, das sind einfach Vertreter der Fraktionen. Wie viele? Kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen, aber da sind die parlamentarischen Geschäftsführer drin, die für die Organisation der Fraktionen jeweils zuständig sind. Der Parlamentspräsident, also der Schäuble und die stellvertretenden Parlamentspräsidenten sind da auch drinnen und die entscheiden, wie der Ablauf so einer Bundestagssitzungswoche abläuft. Und dann wird da entschieden, wie lange da Zeit einkalkuliert wird und von dieser Zeit wird dann prozentual jeder Fraktion das zugeteilt. Und die Fraktionen entscheiden dann, wer dafür redet, wie lang und an welcher Stelle. Und an dem Tag war es dann so, die haben gesagt, einen Tag vorher, Stefan Pilsinger, morgen geht es um Kinderwunschbehandlungen. Hier, sechs Minuten, Böhne, sag mal was dazu oder wie? Ja, die Fraktion hat gesagt, so, das Thema hat die FDP jetzt auf die Tagesordnung gehievt. Die wollen darüber diskutieren. Hören wir zu, wir haben, zwei oder drei Redner waren das damals von der Union. Wen haben wir denn da? Und dann sollte ich ursprünglich für die AG Gesundheit sprechen, das ging dann nicht. Und dann habe ich nachher abgehakt, dann ist meine erste Rede über was anderes, war ich gar nicht unglücklich. Und dann hat die AG Familie mich angerufen und gesagt, magst du reden? Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht? Und dann, du hast sechs Minuten und dann habe ich die Rede gehalten. Ich habe mich gefragt, schreibst du die Reden eigentlich selbst oder hast du so ein Team, das die Reden schreibt? Ja, es kommt darauf an. Ich habe teilweise drei Reden die Woche und da schaffe ich das einfach nicht. Drei Reden pro Woche? Teilweise, ja. Letzte Sitzungswoche hatte ich drei Reden zu drei völlig unterschiedlichen Themen. Jetzt gerade in Corona bin ich im Dauereinsatz. Da schaffe ich es nicht, alle Reden zu schreiben. Also meistens gibt es einen Entwurf von meinen Mitarbeitern und ich arbeite die Entwürfe nochmal entsprechend um. Und auf was legt man da Wert bei so einer Rede? Also wenn ich zum Beispiel als Journalist einen Kommentar schreibe, dann überlege ich mir immer, die Kernaussage, den Einstieg und den Ausstieg, der muss knallen. Ist das bei dir, bei der Rede auch so oder wie machst du das? Ja, bei den Gesundheitsreden ist es oft so, dass das sehr fachpolitische Reden sind, die für die Medien nicht wirklich interessant sind. Also bei Corona ist es anders, aber wenn wir jetzt zum Beispiel über die Finanzierung der Pflegeversicherung diskutieren, ist das ja durchaus komplex jetzt für den Laien. Und ich glaube, in den Reden schaue ich immer, dass ich keine falschen Aussagen treffe. Also dass ich fachlich ordentlich gesprochen habe, weil es ja, meine Rede richtet sich ja gar nicht so sehr in dem Fall an die Öffentlichkeit, sondern an das Fachpublikum draußen. Also die Leute, die sich für dieses Thema interessieren im Gesundheitssystem. Und deswegen sind die Gesundheitsreden, die wir da oft halten, für eine kleine Gruppe an Experten gerichtet, jetzt anders wie in der Außenpolitik, wo das jeder verstehen kann. Aber sage ich mal so, ist es auch ein Gedanke, weil du bist ja direkt gewählt aus dem Wahlkreis, dass du da stehst und an deinen Wahlkreis denkst? Also bei meinen gesundheitspolitischen Reden, da denke ich im Kern an die Gesundheitspolitik. Ich persönlich halte es falsch, wenn man sich bewusst einfach ausdrückt, nur damit man dann noch wirklich den Letzten mitnimmt. Ich glaube, die Bürger sind zufrieden, wenn die wissen, der Pilsinger, der ist ein guter Fachpolitiker und der bringt sich in den Bereich an, der wichtig für die Gesellschaft ist. Und ich wehre mich immer dagegen, dass man sich zu Themen äußert, wo man keine Ahnung davon hat, sondern lieber in die Themen, wo man eine Expertise hat, sich gut einarbeiten und da gute Arbeit machen. Und ich glaube, das honorieren die Bürger auch. Wie ist es denn bei anderen Bundestagsabgeordneten? Du kennst ja auch einige, haben die vielleicht einen großen Stab, der ihnen Reden schreibt oder haben die gewisse Rituale, bevor die ans Pult treten? Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Politikern, die sind ja genauso unterschiedlich wie die Bevölkerung insgesamt. Manche schreiben ihre Reden nur selber, manche schreiben alle Reden nicht selber, manche halten ihre Reden so, dass man das für ihren YouTube-Kanal gut verwenden kann. Und ja, bei den AfD-Politikern jetzt ohne was unterstellen zu wollen, gibt es halt viele, die das genau so halten, dass man es gut dann auf YouTube veröffentlichen kann. Und dass möglichst viele Leute dann, ich finde das irgendwie aufhetzerisch aufhetzt, aber halten sich oft nicht so wirklich an die Fakten. Es gibt ja keinen Faktenfinder im Deutschen Bundestag, wo man das korrigiert. Gibt es noch nicht. Ja, aber wenn man was im Deutschen Bundestag sagt, dann sollte man sich schon irgendwie an die Fakten halten. Wenn du dann vorgehst und am Pult dann stehst, schaust du da jemand Spezielles an, lässt du den Blick schweifen? Was gibt es da für Tipps, vielleicht auch von älteren Bundestagsabgeordneten, die das dauernd machen? Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man irgendwie routinierter wird. Ich habe auch das Gefühl, dass ich routinierter geworden bin. Ich persönlich versuche erstmal irgendwie so weit wie möglich entspannt zu sein. Und ich schaue erstmal in die... Wie entspannst du dich denn vor der Rede? Ja, also umso öfter man das macht, umso mehr ist man auch entspannt. Und ich schaue als erstes mal in meine eigene Fraktionsreihe, nämlich wenn man Leute anschaut, wo man weiß, die sind einem positiv gesonnen, dann ist das erstmal irgendwie was positiv für einen selber. Das entspannt einen in gewisser Weise auch. Und ich glaube, bei Reden ist einfach das Wichtigste, dass man versucht, langsam zu sprechen. Nämlich was einem da am Rednerpult extrem langsam vorkommt, ist bei den Leuten draußen überhaupt gar nicht mal so langsam. Also im wirklichen Leben rede ich ja durchaus schnell. Deswegen versuche ich für mich persönlich sehr langsam zu sprechen und dann kommt es normal draußen an. Wir haben letzte Folge darüber gesprochen, wie so eine typische Woche in Berlin aussieht und sind dann dazu gekommen, dass Mittwochvormittag die Ausschusssitzungen sind. Und ab Mittwochmittag geht es dann eben los im Bundestag, Donnerstag den ganzen Tag und dann am Freitag. Ich habe mich gefragt, gibt es eigentlich an den bestimmten Tagen immer eine bestimmte Reihenfolge? Also weiß ich nicht, gesundheitspolitische Themen kommen immer mittwochs dran oder? Nö, gibt keine spezielle Reihenfolge. So wie das der Ältestenrat entscheidet am Anfang der Sitzungswoche, ist ja teilweise richtig ätzend auch, wenn man irgendwie eine namentliche Abstimmung irgendwo noch reinbekommt, wo man dann hingehen muss und dieses Kärtchen einwerfen muss. Aber man ganz andere Termine schon geplant hatte. Man ist ja nicht permanent anwesend, sondern meistens nur bei den Reden, die einen fachpolitisch auch irgendwie interessieren oder wo man betroffen ist. Und wenn man dann irgendwie ganz anders geplant hat, weil man ja viele Termine auch neben den Sitzungsterminen hat, dann ist so eine namentliche Abstimmung, die dann irgendwie einen Tag vorher reingelegt wird, irgendwie ätzend. Finde ich auch total spannend, namentliche Abstimmung oder wie man abstimmt im Bundestag, können wir vielleicht auch mal drüber sprechen. Aber es gibt also keine Reihenfolge, dass man Mittwoch den Ausschuss macht und so weiter. Das kann auch sehr spontan feststehen, sehr spontan. Und du hast auch schon gesagt, dass der Ältestenrat festlegt, zu welchem Thema wie lange gesprochen wird und wie lange dann die einzelnen Leute dazu sprechen. Und sechs Minuten sind dann viel. Sechs Minuten ist recht lang. Wir als CSUler haben ja irgendwie die Sonderregel, dass wir bei allen Diskussionen immer einen Redner stellen dürfen. Also einen Redner von der Unionsfunktion. Ja, wir haben das mit der CDU so ausgemacht, dass bei allen Debatten immer einer von der CSU spricht. Deswegen reden wir überdurchschnittlich oft auch. Ihr habt ja nur 46 Abgeordnete im Bundestag oder wie viele habt ihr? 46 Abgeordnete, sieben Prozent der Abgeordneten, aber wir dürfen halt zu allen Themen was sagen. Ja, wir dürfen zu allen Themen was sagen. Und deswegen reden unsere Abgeordnete immer relativ häufig, aber wir reden meistens als letztes. Und das Problem ist, wenn wir als letztes reden oder ganz am Ende, wenn die Redner davor von der CDU, CSU-Fraktion überzogen haben die Zeit, dann kürzt einem das Hinten das wieder weg. Also man kann sich dann irgendwie auf vier Minuten vorbereitet haben und dann geht man nach vorne. Ich hatte es jetzt neulich mal, da hat der Kubicki gesagt so, der Vorgänger hat jetzt überzogen von der CDU und jetzt kürze ich ihre Rede um zwei Minuten. Das ist der Bundestagsvizepräsident, der Kubicki. Ja, der ist manchmal schon irgendwie der strengste von den Vizepräsidenten. Der will auch, dass hier Regeln eingehalten werden. Ja, macht sich rund Spaß draus. Ah, okay. Sag dann Pilsinger nur noch zwei Minuten bitte. Ja, hat gesagt, Pilsinger nur noch zwei Minuten, weil der Kollege Henke hat einfach davor zu lange geredet. Der ist auch von der CDU und deswegen kürze ich jetzt die Rede. Dann habe ich gesagt, ja, schon spontan. Dann steht man nach vorne und hat natürlich ein Skript, was man reden möchte und dann hat man ja teilweise nicht mehr mehr die Möglichkeit, das irgendwie so schnell zu kürzen. Dann habe ich immer versucht zu improvisieren, die ganze Sache und dann habe ich trotzdem noch eine halbe Minute überzogen und dann hatte ich irgendwie in Anführungszeichen das Glück, dass da Bayern gegen Holstein Kiel aus dem Pokal rausgeflogen ist. Dann hat der Kubicki gnädigerweise gesagt, ja, er kommt ja aus Kiel, weil ich aus München komme, hat er mal beide Augen zugedrückt, weil ich ja dieses Pokalausscheiden irgendwie verkraften muss. Okay, das heißt, du hast dann überzogen trotzdem. Ja, gut, ich habe trotzdem noch eine halbe Minute überzogen, aber eineinhalb Minuten insgesamt eingespart. Du hast ja schon mal erzählt, hier in einer Folge, dass du von Anfang an der Berichterstatter für Organspende warst. Jetzt sagst du, deine erste Rede war zu Kinderwunschbehandlung und wir kommen auch gleich dazu, deine zweite Rede war dann zu Cannabiskonsum. Habe ich mich gefragt, warum ist das denn so, dass du dich dann zu solchen Themen äußern musst, wenn ja dein Thema eigentlich Organspende ist? Ich habe es ja schon gesagt, wir als CSUler müssen zu allen Reden, die da geführt werden im Gesundheitsbereich oder insgesamt immer einen Redner stellen. Und wir sind nur drei im Gesundheitsausschuss und deswegen muss immer einer sprechen von uns drei. Und deswegen habe ich mich im Gesundheitsbereich zu sehr vielen Themen schon bei einer Rede geäußert, obwohl ich da jetzt nicht Berichterstatter war. Die Cannabis-Sache, ich bin da in den Ausschuss gekommen und haben sie gesagt, ja so, jetzt du darfst dich um das Thema Drogen- und Suchtpolitik kümmern. Ist nicht dein Thema. Es ist jetzt, ich bin da schon gut eingearbeitet, weil ich als Arzt kann man schon was sagen und auch als Hausarzt merkt man, dass viele Drogenprobleme haben, viel mehr Menschen, als man wirklich denkt, auch wenn es versteckt ist. Also welches Drogenproblem ist am häufigsten Alkohol? Hauptsächlich Alkohol und Nikotin ist das Hauptproblem und danach kommt, glaube ich, schon relativ schnell Cannabis. Das ist schon ein Problem. Manche Leute, die wollen unbedingt ihre Droge konsumieren und fühlen sich da diskriminiert, weil es nicht erlaubt ist. Lass uns am besten einfach mal… Da können wir gerne drüber diskutieren im Nachgang, aber es ist jetzt nicht ein Thema, wo es viele gibt, die unbedingt über Drogen- und Suchtpolitik kümmern wollen. Lass uns einfach mal reinhören. Das war damals deine zweite Rede, die du gehalten hast, die auch auf YouTube eben für ein bisschen Furore gesorgt hat. Du hast es ja auch schon gerade gesagt. Es gab einen kleinen Shitstorm. Es war eine Rede zu einem Antrag der FDP, wieder mal, und es ging um Cannabis-Modellprojekte und du hast dann das hier gesagt. Ich möchte heute zu den wissenschaftlichen Fakten sprechen und werde darauf eingehen, dass die Behauptungen von FDP, Linken und Bündnis 90 die Grünen teilweise nicht der Realität entsprechen. Es wird behauptet, dass durch die Abkehr von Repressionen Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz entlastet werden würden. Fakt ist aber, dass mit dieser Argumentation alle Drogen weitestgehend freigestellt werden müssten. Und du zitierst dann verschiedene Studien und sagst dann den entscheidenden Satz aus meiner Sicht? Fast alle seriösen Studien machen es mehr als deutlich. Intensiver Cannabiskonsum macht einfach dumm. Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Nein. Also ich habe es mal ein bisschen zusammengerafft und zusammengeschnitten. Aber es wird schon klar, du bist gegen die Legalisierung von Cannabis und du bist auch gegen diese Modellprojekte, kann man sagen. Und bei YouTube gibt es jetzt verschiedene Videos, wenn man Pilsinger bei YouTube eingibt, dann kommen gleich diese Videos, die dich dafür ganz schön grillen, würde ich mal sagen. Also die sagen, naja, wenn Cannabis legal wäre, dann könnte der Staat ja Steuereinnahmen generieren, die Konsumenten würden nicht mehr an gestrecktes Zeug gelangen und so weiter. Erstmal die Frage, wie ist das, wenn die eigene Rede so mit Schnipseln zerpflückt wird bei YouTube? Man kann sich im Internet nicht wehren, ob da einzelne Zeilen aus dem Zusammenhang gerissen werden und damit auch irgendwie in gewisser Weise Sinn entstellt werden. Und man kann sich auch nicht wehren, wenn einem Unwahrheiten vorgeworfen werden. Ich habe in dieser Rede ja mich immer auf eine Studie bezogen, die sogenannte Capri-Studie. In der Rede ging es mir im Kern darum, dass ja viel behauptet wird, aber ich wissenschaftlich argumentiere, gerade weil ich Arzt bin. Und ich habe einen Punkt vielleicht falsch gemacht. Ich hätte sagen sollen, intensiver Cannabiskonsum in der Jugend macht einfach dumm. Und da gibt es auch wissenschaftlich sehr gute Studien, die das auch belegen, dass Cannabiskonsum in der Jugend, wenn er sehr intensiv ist, dafür sorgt, dass diese Napsen sich im Kopf schlechter vernetzen. Und dass das natürlich dazu führt, dass man in vielen Fällen dann schlechtere Denk- und Lernleistungen hat. Und ich habe in der Rede gelernt, dass man das nochmal differenzierter auf den Punkt bringen muss. Aber ich persönlich habe halt die Erfahrung gemacht im Krankenhaus, gerade auch als Arzt, dass es sehr viele Jugendliche gibt, die über intensiven Cannabiskonsum Psychosen entwickelt haben, massive Probleme haben, denen ihr Leben zerstört ist. Und deswegen tue ich mich sehr schwer damit, mit dem Gedanken, dass man sagt, ja, man legalisiert was. Ich sage ganz klar, die meiste Drogen, das habe ich gesagt, ist Alkohol, dann Rauchen. Und ich glaube auch, die größten Probleme haben wir mit Alkohol und Rauchen für die Gesundheit. Gar keine Sache. Aber ich bin ja trotzdem nicht der Überzeugung, dass wenn wir schon zwei gefährliche Drogen haben, dass wir noch eine dritte Droge brauchen, die ja durchaus nicht ungefährlich ist. Ich glaube halt, wenn wir sagen, Cannabis, welchen Grund gibt es dann nicht zu sagen, Koks auch? Ja, aber gleichzeitig könnte man ja auch sagen, intensiver Alkoholkonsum macht einfach dumm. Ist ja auch so, ne? Aber trotzdem ist ja Alkohol erlaubt. Und da frage ich mich, naja, also welchen Grund gibt es denn, dass man Alkohol dann eigentlich erlaubt? Ja, schau mal, bei dem Cannabiskonsum ist schon nochmal was anderes. Also ich will Cannabis und Alkohol nicht gegeneinander aufwiegen. Genauso wie Alkohol schlechter für die Leber ist und schlechter für die Organe ist, ist Cannabis in der Jugend, da gibt es ja auch umfangreiche Studien dazu, für die Hirnentwicklung einfach schlecht. Das wissen auch die Oppositionsparteien, die Grünen und die Linken und die sagen ja auch alle, sie wollen keine Legalisierung von Cannabis in der Jugend. Also darum geht es gar nicht. Also unter 18? Nein, unter 21 will das keiner. Ich glaube eher sogar, wir müssten über 23, 25 diskutieren. Das sind so die Altersstufen, wo eine Diskussion ernsthaft geführt wird. Kein kluger Politiker bestreitet, dass das einfach schlecht für die Hirnentwicklung ist. Und deswegen verlangt das… Das ist ja Koma-Saufen auch schlecht für die Hirnentwicklung, würde ich sagen. Oder? Also wie gesagt, Alkohol ist nicht nachgewiesen, dass das für die Hirnentwicklung so schlecht ist, wie Cannabis für die Hirnentwicklung in der Jugend schlecht ist. Also es ist schon ein Unterschied. Ich sage ja auch nicht, Cannabis ist für die Leber gleich schlecht wie Alkohol. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Deswegen diese Gleichmacherei finde ich nicht gut. Und ich persönlich tue mich einfach schwer mit dem Gedanken, dass man sagt, man legalisiert eine Sache. Dann kommt man irgendwie leicht in eine Spirale irgendwann rein, dass wir sagen, ja, wenn wir Cannabis legalisiert haben, warum Koks nicht auch? So eine Art Domino-Effekt befürchtet ihr, wenn ihr Cannabis legalisieren würdet. Ja, ich würde mir doch eher eine Welt wünschen, das sage ich in der Rede, wo die Leute weniger Alkohol konsumieren und weniger rauchen. Und wo insgesamt weniger Drogen konsumiert werden. Und ich weiß hier, wie große Probleme die Menschen haben. Ich habe jetzt neulich wieder eine Patientin bei mir in der Praxis gehabt, die erleben, ist doch Alkohol im speziellen Fall total zerstört. Auch mit dem unkontrollierten Alkoholkonsum. Deswegen glaube ich, dass man dafür sorgen müsste, dass man auch viel mehr im Bereich Alkoholprävention noch macht. Und im Thema Nikotinprävention noch mehr macht. Und meine Tendenz in der Drogen- und Suchtpolitik ist, dass wir doch daran arbeiten, dass die Leute weniger Drogen konsumieren und auch keinesfalls mehr. Egal welche Drogen. Das ist aber die Frage natürlich, wenn man Cannabis legalisieren würde, würde es dann auch mehr Konsumenten geben. Das würde ja suggeriert werden. Ist das wirklich so? Weißt du, da gibt es verschiedene Studien. Also mir wird ja immer vorgeworfen, dass man überhaupt keine Studien hat, dass es mehr konsumiert wird. Ich kann mir das aber auch irgendwie ganz schwer vorstellen. Jetzt mal ganz ernsthaft. Wann hast du das erste Mal irgendwie harten Alkohol bekommen? Also bei mir war das so, wir haben als Jugendliche natürlich auch gefeiert. Und dann haben Ältere dann an der Tanke damals halt eine Flasche Wodka gekauft und dann halt mitgebracht und gesagt, hey, hier willst du mal eine Wodka-O trinken? Ja, genau. Und da habe ich das erste Mal auch irgendwie, nicht einen Blackout, aber einen schweren Absturz gehabt, weil ich damit nicht umgehen konnte. Man sieht das an der Erfahrung. Ich persönlich konsumiere ganz wenige Drogen, beziehungsweise fast gar keine. Ich trinke mal ein Bier. Das ist jetzt auch nicht unbedingt gesund. Also wenn du sagst, wenige Drogen, was ist denn da noch dabei? Nein, ich rauche nicht. Ich nehme auch keine Drogen. Wie gesagt, ich will es nicht. Viele Leute sagen in Bayern, Alkohol, also ein Bier ist ja keine Droge. Aber man muss es ernsthaft nehmen. Historisch ist es halt ein Grundnahrungsmittel gewesen. Deswegen ist das wahrscheinlich so tradiert, würde ich mal sagen. Tradiert, aber wenn man es eng nimmt, dann ist es auch eine gesellschaftlich akzeptierte Drogen. Und ich will nicht, dass Alkohol in irgendeiner Art und Weise verharmelost wird. Wenn man gerade in die nordischen Länder schaut, nach Schweden, Dänemark oder sonst wo, die sind ja viel restriktiver. Viel teurer, der Alkohol. Viel teurer. Aber man müsste auch den Jugendschutz irgendwie noch enger nehmen. Und deswegen, ich glaube, wir sollten in dem Bereich noch aufmerksamer sein und irgendwie Diskussionen vielleicht mehr in die Richtung führen, wo wir dafür sorgen können, dass gerade Jugendliche weniger Drogen, egal ob Alkohol, Nikotin oder sonstige Drogen, konsumieren. Okay. Zurück zur Rede im Bundestag. Du sprichst also dort über Cannabis-Modellprojekte oder dagegen mehr oder weniger. Es gibt dort auch Zwischenrufe bei deiner Rede, aber du hast keine Zwischenfrage zugelassen. Warum nicht? Machst du das generell nicht oder halt bei dem Thema? Du hast gesagt, ich bin gerade so im Flow. Oh, ich bin gerade im Fluss, habe ich gesagt. Oder im Fluss, ja. Ja, das war irgendwie so der Gag dann. Da habe ich selber drüber lachen müssen. Also ich habe dann irgendwie, gab es so einen Meme-Contest, ich im Fluss. Ich fand das echt ganz lustig. Wie ein Meme-Contest? Da gab es einen Online-Meme-Contest, Pilsinger, weil ich gesagt habe, ich bin gerade im Fluss. Und dann haben sie mich so in verschiedenen Flüssen irgendwie so einrein geschnitten gehabt. Wer hat das gemacht? Ja, irgendwelche Leute im Internet. Ich habe das eigentlich ganz witzig gefunden. Und ich habe mir bei der Rede auch gedacht, ich habe gewusst, ich kriege einen Shitstorm. Und ich habe dann aber meinem Büro gesagt, hört mal zu, wenn dann schon richtig, ja. Ach, Quatsch. Du wusstest vorher schon, dass mit der Aussage, intensiver Cannabiskonsum macht einfach dumm, dass du da zerlegt wirst online. Ich bin ja nicht dumm. Ich habe ja nichts geraucht im Vorfeld. Ah, okay. Du hast schon kalkuliert. Das sind so kalkulierte Reden. Ja, ich habe gewusst, dass sich da Leute provoziert fühlen. Aber ich habe mir gedacht, warum mal nicht? Kann ich doch auch mal machen, ein bisschen provozieren. In der zweiten Rede gleich im Bundestag. Du bist da relativ neu drin und dann sagst du, komm, jetzt haue ich mal drauf. Ja, warum nicht? Ich habe gewusst, ich kriege sowieso einen Shitstorm. Die Kollegen haben mir eh gesagt, Stefan, da kriegst du jetzt einen ordentlichen Shitstorm und haben gelacht. Vorher schon? Ja, natürlich. Da kriegt jeder einen Shitstorm, ja. Jeder Unionspolitiker, der sagt, wir wollen Cannabis nicht illegalisieren, kriegt einen Shitstorm. Und das war mir völlig bewusst. Und da habe ich mir gedacht, wenn schon richtig. Es gibt ja von jedem Kollegen, der zum Thema Drogen- und Suchtpolitik gesprochen hat, schon irgendwelche Reden, Schnipsel, YouTube, irgendwas. Und da haben sie sich wahrscheinlich gedacht, der Pilsinger, der ist neu, dann schicken wir den mal vor, dann kann der mal über Cannabis reden. Und wir müssen uns das nicht antun. Bei uns gibt es die Regel, jeder Junge darf das mal machen. Jeder Junge muss mal über Cannabis reden. Jeder junge Abgeordnete oder junge Abgeordnete. Davor war meine Vorgängerin als Berichterstatterin, war die Emmi Zollner. Ist genauso alt wie ich, ein bisschen früher reingekommen. Die hat davor drüber reden dürfen. Achso, und du gibst es dann wieder weiter den Stab an die oder den Nächsten. Ja, keine Ahnung, wer es das nächste Mal macht. Ich drücke mich da auch nicht. Ich bin da relativ abgestumpft. Vor allem, ich bin dem Thema jetzt auch mehr drin. Am Anfang nimmt man das schon viel persönlicher. Aber weißt du, am Anfang habe ich mir gedacht, es bringt auch irgendwas, bei Facebook zu diskutieren und so. Wenn jetzt jemand sagt, Pilsinger, du dummes Arschloch, du ruinierst mein Leben, weil ich nicht kiffen darf, dann sperre ich den. Ganz einfach, das war es. Früher habe ich mit dem versucht, noch zu diskutieren und gesagt, hör zu, ich will dich doch gar nicht diskriminieren und ich will dein Leben nicht zerstören, sondern mir geht es doch einfach nur darum, dass man die Menschen vor den Gefahren von Drogen allgemein schützt. Aber das bringt ja nichts. Deswegen, wenn jemand mich beleidigt, dann sperre ich ihn und dann ist die Sache für mich rum. Finde ich auch ein total krasses Thema, mit wie viel Hass Politiker und Politikerinnen umgehen müssen. Es gab ja vor ein paar Tagen auch wieder Karl Lauterbach, der gesagt hat, die Dimension an Hass, die ihm entgegenschlägt in der Corona-Krise, ist unglaublich. Auch Morddrohungen. Ja, was ich halt finde, auch die Unsachlichkeit und dass es immer ins Persönliche geht. Also bei dieser Cannabis-Rede ging es ja sogar so weit, dass man auf Facebook meiner Freundin geschrieben hat, auf ihrem Privataccount, mit welchem Deppen sie da zusammen ist und was auch immer. Das ging ja schon im Bereich Drohungen und das, fand ich, ist dann einfach ein Schritt zu viel gewesen. Dass man mich persönlich angreift, ist okay. Ich finde es zwar nicht in Ordnung, wenn das in einem beleidigenden Bereich ist, aber es ist nochmal eine ganz andere Dimension, wenn man da meine Familie angeht und da bin ich dann auch total kompromisslos. Also ich habe auch, wie man mein Büro mit Volksverräter und Hakenkreuzzeichen beschmiert hat, habe ich auch Anzeuge erstattet. Ich lasse mir sowas nicht. Verständlich, ja. Nee, irgendwo ist eine Grenze erreicht und wenn eine gewisse Grenze überschritten worden ist, dann mache ich halt eine Anzeige. Hakenkreuz ist immer eine Morddrohung. Es ist einfach eine Morddrohung. Es ist die Drohung zu sagen, pass auf, wenn wir wieder da sind, dann werdet ihr alle abgemurkst. So, das ist ein Hakenkreuz. Ja, das, also Volksverräter und Hakenkreuzzeichen an dem Bürowand, hier an einer voll ausgeleuchteten Straße, war schon irgendwie gruselig. Ich habe nie gedacht, dass ich mein Büro mal mit einer Kamera überwachen muss. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ich habe ja auch, kriege auch permanent irgendwelche rechten Schmähbotschaften, wo man mir vorwirft, irgendwie Volksverräter oder was auch immer. Ich wäre sowohl von Links- wie auch Rechtsextremisten angegriffen, zumindestens verbal und über indirekte Drohungen. Aber, ja, was soll ich machen? Mich zurückziehen? Das ist jetzt auch nicht die Art. Ich glaube, die normalen Leute, die das irgendwie pragmatisch, kompromissbereit sind und die sich in der politischen Mitte verorten, die dürfen sich von solchen Extremisten, egal von welcher Seite, nicht abschrecken lassen. Und wir haben uns vorher, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, auch unterhalten über das Attentat von Hanau. Und ich fand im Nachgang, Wochen später, man hat damals nie rausgefunden, wer diese Schmierereien an meinem Büro gemacht hat, dass der Attentäter von Hanau, kam ja aus Hanau, hat aber in München gearbeitet. Der hat nur ein paar Straßen von meinem Büro hier in Obermenzing gewohnt in München, hat sein Zimmer gehabt. Also, ich weiß ja nicht, ich will ja keinen Zusammenhang herstellen, aber gruselig fand ich schon. Und mein Vorgänger, der Hans-Peter Uhl, hat mir erzählt, wie er noch gelebt hat, er ist ja schon verstorben, als sie dann die Daten ausgewertet haben von diesem NSU-Kommando, gab es Protokolle darüber. Also, die NSU-Artenmörder haben Protokoll darüber geführt, wie sein Büro und so aufgebaut ist und sind scheinbar um sein Haus gelaufen und haben das ausgespäht. Und dann denke ich mir halt schon, schon gruselig, dass man doch irgendwie mehr im Mittelpunkt von irgendwelchen möglichen Attentätern oder Extremisten steht, als man das selber für möglich hält. Puh, krass. Okay, wenn wir mal wieder zurückkommen zum Plenarsaal, wenn du dann eine Rede hältst, wie sind denn eigentlich so die Reaktionen in der Fraktion, bei deinen Freunden, schicken die dir so Ausschnitte? Hey, übrigens, du warst mit deiner Rede in der Tagesschau oder, außer von den Hatern meine ich, von den Lovern vielleicht, oder? Also, wenn ich wenige Hassbotschaften bekomme, dann merke ich, meine Rede war relativ gut. Und, außer ich habe natürlich bewusst provoziert. Oder halt beliebig. Beliebig, ja. Es kommt auch immer darauf an, wie sehr die Rede jetzt im öffentlichen Fokus steht und wie sehr nicht. Ich finde es immer ganz interessant, meine Patienten, die wissen ja zum Großteil gar nicht, dass ich Politiker bin. Und die gehen zum Hausarzt und irgendwann sagen die, Herr Pilzinger, ich habe sie in der Tagesschau gesehen, aber nicht als Arzt. Ja, das finde ich ganz lustig. Die sagen immer, Herr Pilzinger, ich habe sie jetzt neulich, da war ich bei meiner Mutter und da habe ich Fernsehen geschaut und jetzt habe ich sie im Fernsehen gesehen, als haben sie eine Rede bei Phoenix gehalten. Sind sie jetzt wirklich auch noch Bundestagsabgeordnete? Sie sind doch bei uns hier im Alten- und Pflegeheim der Hausarzt. Ich sage, ja, mach halt beides, ja. Und die finden es meistens recht gut. Die sagen, mei, das finden es aber gut, dass ein Gesundheitspolitiker noch wirklich was hier im Heim arbeitet. Also, sowas finde ich echt immer lustig, wenn das Leute so zufällig verstellen. Krass. Ich finde es auch total ein bisschen weird im Bundestag, wie sich die Fraktionen immer so heranklatschen an den Applaus. Also, man hat so das Gefühl, wenn jemand eine Rede hält, dann machen die manchmal so wie so Warm-Upper beim Fernsehen. Also, ich finde es irgendwie peinlich. Wie erlebst du das? Ja, ist halt so üblich, ja. Warum macht man denn so? Ich weiß ja nicht, ob ihr Journalisten eine andere Tradition habt, aber wir klatschen uns nicht so ran. Ja, ihr bejubelt euch gegenseitig in euren Kommentaren, ja. Das macht ihr ja auch irgendwie. Das ist ja auch manchmal peinlich, auch wenn so manche Aussagen total daneben waren. Dann wird ja auch irgendwie gesagt, ja, aber das ist ja Meinungsfreiheit. Ja, Meinungsfreiheit schon, dumm war es trotzdem, ja. Also, da wird ja auch irgendwie alles. Aber findest du das nicht auch ein bisschen komisch? Ist dir das nicht aufgefallen, am Anfang im Bundestag, dass so ein komischer Klatschmechanismus immer einsetzt während Reden? Ja, mir ist der Klatschrhythmus noch nicht aufgefallen, aber man will sich gegenseitig einfach den Rücken stärken und deswegen beklatscht man sich auch gegenseitig so intensiv. Ja, aber ich finde das ja auch ein schönes Zeichen. Nein, ich finde das auch schön, die Unterstützung natürlich. Ich finde nur die Art und Weise, wie geklatscht wird, manchmal verliert. Viele sagen halt in Berlin, da gibt es nur Ego-Mahnen und so, aber ich finde gerade an solchen Zeichen zeigt sich schon, dass es einen gewissen Teamgeist zumindest in der Fraktion gibt. Und auch wenn der Klatschrhythmus vielleicht ein bisschen komisch wirkt, ich finde es eigentlich ein schönes Zeichen, dass man sich gegenseitig irgendwie sagt, hey, wir stehen hinter dir. Wer ist denn eigentlich aus deiner Sicht der oder die beste Redner, Rednerin im Bundestag? Das ist schwer zu sagen. Also ich finde den Amt auch ganz gut. Ich finde der Jens Spahn ist auch ein guter Redner. Von den anderen Parteien? Ich finde die Katja Suttning zum Beispiel von der FDP recht gut. Die kommt irgendwie sympathisch rüber und die kann auch verschieden reden. Also die kann so draufhauend reden, aber auch mitfühlend reden. Also die, finde ich, ist auch eine wirklich gute Rednerin und eine der üblichen. Der Gregor Gysi, auch wenn er politisch komisch ist und irgendwie einen Russland-Fetisch hat, der irgendwie auch nicht mehr normal ist, ist der ein guter Redner. Da brauchen wir gar nicht rumdiskutieren. Okay. Wenn wir schon bei den besten Rednern waren, wer sind denn so die schlechtesten Redner oder Rednerinnen? Bei wem schläfst du ein? Also ich habe mir in der Politik immer vorgenommen, dass man über Kollegen nicht schlecht reden sollte. Aber du schläfst ein bei manchen. Ja, manche Reden sind spannender und manche sind weniger spannend. Wenn ich zum Beispiel Anwesenheitspflicht habe, gerade am Freitag haben wir so ein Schichtmodell entwickelt, dass immer genug da sind. Ein Schichtdienst im Bundesland. Ja, damit wir halt genug Leute sind, dass immer genug Abgeordnete da sind. Da haben wir uns selber so ein Schichtsystem in der Fraktion gegeben. Und wenn ich dann halt bei Reden dabei bin, wo ich keine Ahnung habe und der Redner vielleicht auch relativ monoton redet, weil er auch der dritte Redner ist. Also irgendwann ist ja auch alles gesagt. Also wenn man drei Redner von der Fraktion stellt, eineinhalb Stunden Debatte. Der letzte Redner, der sagt nichts mehr Neues. Ja, der kann nichts mehr Neues sagen. Und das ist auch immer die undankbarste Stelle irgendwie. Der letzte Redner zu sein. Der letzte Redner zu sein. Aber du bist ja auf der Letzte, wenn du als CSU dann auch noch. Ja, da tut man sich halt schwer, irgendwas Neues zu sagen. Ja. Da musst du schon richtig draufhauen. Eigentlich. Ja. Damit du noch dran immer im Kopf bleibst. Ja, aber ich weiß nicht, ob das der Anspruch sein sollte. Aber es gibt ja auch diesen Recency-Effekt, glaube ich, dass das, was als Letztes passiert ist, am meisten im Kopf bleibt. Also wenn man die Inhalte schon 16 Mal gehört hat und der 17. sagt dann auch irgendwie was Ähnliches, dann bleibt es irgendwie nicht mehr im Kopf. Hast du irgendwelche Vorbilder als Redner, große Redner der Geschichte? Also nein, habe ich nicht, weil ich glaube, Reden gehört zum Politik, dazu ist aber nicht das Wichtigste, um ein guter Politiker zu sein. Also wenn man sich anschaut, wer hat viel in der deutschen Geschichte geleistet und war das per se ein super Redner, dann sieht man da oft keinen Zusammenhang. Also in der Union auf jeden Fall nicht. Also weder Adenauer noch Kohl noch Merkel sind eigentlich gute RednerInnen gewesen. Also die Adenauer-Reden, die sind sehr inhaltsvoll, aber rednerisch sind die jetzt bestimmt nicht das Beste, was es gibt. Aber der Mann hat einfach viel geleistet für Deutschland. Er hat Deutschland wieder aufgerichtet nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und des Dritten Reichs. Und es gibt ja auch Umfragen, die größten Deutschen, da ist er auch auf eins gekommen. Also wenn ich ein politisches Vorbild überhaupt habe, dann geht es eher in Richtung Adenauer, weil er wirklich was für Deutschland bewegt hat. Und Adenauer hat mir auch den Spruch geprägt, es geht nicht darum, in der Politik immer Recht zu haben, sondern Recht zu behalten. Also dass man auch mal Sachen durchsetzen muss, wo die Leute das Gefühl haben, das finden wir jetzt nicht so gut, aber langfristig sehen, dass es einfach die richtige Entscheidung war, richtige Entscheidung für Deutschland und für die Bevölkerung. Also unpopulär aktuell, aber langfristig eben richtig ist sozusagen die Maxime deines politischen Handelns auch. Ja, auch mal Sachen durchzusetzen, die aktuell nicht populär sind, wenn man überzeugt ist, dass es langfristig richtig ist. Ich glaube, das ist… Klingt sehr nach Überzeugungstäter und ich denke, dass auch viele Leute eher das Gefühl haben, es gibt zwei Sorten so von politischen Menschen, auch Entscheidungsträgern im Bundestag, die, die auf jeden Fall Überzeugungstäter sind und Dinge durchsetzen wollen und die anderen, die halt ein Amt wollen. Ich hoffe, ich schätze mich da richtig ein als Überzeugungstäter. Ich habe ja am Anfang im ersten Podcast schon gesagt, ich bin nicht in die Politik gegangen, damit ich einen Job habe. Ich habe einen Job, ich kann auch als Arzt arbeiten und da kann ich auch gut verdienen und da kriege ich auch Zuspruch von den Leuten. Aber ich habe ja schon im Oktober gesagt, die Kitas müssen zugemacht werden, weil das Infektionsgeschehen am Dezember so groß sein wird, dass man normalen Schulunterricht nicht mehr machen kann. Da habe ich Ende Oktober auch fürchterlich Dresche in den Medien bekommen, haben gesagt, was für ein Depp. Aber ich war überzeugt davon. Ich habe mir die Studien durchgelesen und ich habe sicher gewusst, dass es so kommt. Ich war der Überzeugung, lieber schenken wir den Leuten jetzt reinen Wein ein, dann können sie für ihre Kinder auch eine Versorgung garantieren. Wie ich ihnen jetzt irgendwie Honig ums Maul schmiere und sage, ja, wird schon nicht so schlimm. Und dann kurzfristig sagen, die Kitas und die Schulen sind zu. Also mir haben damals viele geschrieben, ja, was fällt ihnen ein und was auch immer. Sie haben ja gar keine Kinder. Dann habe ich denen gesagt, ja, ich habe keine Kinder, aber ich kann Mathe und ich kann die Studien lesen. Und ich will sie halt ehrlich sagen, verlangen sie von mir, dass ich lüge. Das ist halt meine Überzeugung. Und dann haben mir viele, als es im Dezember so gekommen ist, dann geschrieben, also sie war der Einzige, der uns die Wahrheit gesagt hat. Und ich glaube, das… Schreiben die Leute dann wirklich? Ja, es gab Leute, die haben mir geschrieben. Ich habe ja sehr viele Botschaften bekommen. Die wenigsten haben mir dann Weihnachten geschrieben. Aber die, die mir geschrieben haben, die haben mir geschrieben, also wenigstens haben sie es uns gesagt. Und ich glaube, die Leute, die sich so aufgeregt haben und dann festgestellt haben, dass ich recht hatte, die behalten sich am ehesten meinen Namen im Kopf. Aber nicht als jemand, der beliebig ist. Ja. Man sieht ja im Bundestag eigentlich immer nur Leute im Anzug oder vielleicht mit Bluse oder so. Ich habe mich gefragt, gibt es eigentlich einen Dresscode? In dem Sinn nicht. Also das ist, glaube ich, schon weitestgehend aufgehoben. Es muss irgendwie der Würde des Parlaments angemessen sein. Ich glaube, so ist die Formulierung dessen. Und ich glaube, wenn man jetzt nicht gerade in Badehosen reinkommt, dann ist das schon… Aber man dürfte in Badehose auch reinkommen. Ich glaube nicht. Ach, nicht. Also ich glaube, das ist nicht der Würde des Hohen Hauses angemessen. Dürfte man im Trikot vom FC Bundestag kommen? Nee, das würde ich auch sagen, ist auch nicht in Ordnung. Ich glaube, wenn man mit einem normalen Pullover kommt und einer normalen Hose kommt, dann geht das in Ordnung. Aber… So wie ich heute irgendwie lachsfarben am Pulli. Ich glaube, Jeans dürfte nicht kommen. Ich glaube, das ging schon klar. Aber wenn du jetzt sagen würdest, ich komme jetzt irgendwie so in einem Taucheranzug, Neoprenanzug, dann glaube ich wäre das nicht mehr okay. Das stelle ich mir super vor. Im Neoprenanzug am Rednerpult und dann über Meeresbiologie sprechen oder so. Ja, also ich finde, wenn man irgendwie Volksvertreter ist, dann müssen die Leute auch das Gefühl haben, dass man sich irgendwie ordentlich kleidet und dass man sich ordentlich gibt. Und das hat ja auch irgendwas mit Respekt zu tun. Du bist ja meistens eher Zuhörer oder Zuschauer bei den Reden im Bundestag. Du hast doch schon mal gesagt, es gibt keine Sitzordnung im Bundestag. Das beschäftigt mich über die ganzen Episoden hinweg, weil ich mir es einfach nicht vorstellen kann, dass die meisten Abgeordneten einfach reinlaufen und sich irgendwo hinsetzen. Das muss doch irgendeine Ordnung da geben. Oder kommst du nach Lust und Laune? Ja, die Fraktionen sind schon eingeteilt. Also man weiß, wo die Fraktionen sind. Ja, aber innerhalb der Fraktionen, habe ich gesagt, gibt es keine Sitzordnung. Vorne sind ein paar Plätze markiert, dass der Fraktionsvorsitzende und die Stellvertreter da sitzen. Aber alles dahinter ist freie Sitzwahl. Also du kannst in der zweiten Reihe hocken? Nein, ich glaube, die ersten vier Reihen sind blockiert. Die ersten drei, vier Reihen. Da hockst du also nie. Du hockst, wenn dann fünf Bereiche. Nein, warte mal. Wenn die nicht da sind, der Fraktionsvorsitzende und die Stellvertreter, und die sind oft nicht da, wenn wir Gesundheitsblütiger halt reden, dann können wir uns auch in die erste Reihe setzen. Wenn du dir die Reden anschaust, dann sitze ich erste, zweite, dritte Reihe. Dann setzen wir uns halt so weit nach vorne, wie halt Plätze da sind. Und dann schließt halt der Nächste, der kommt auf. Jetzt bei Corona ist das immer ein bisschen anders. Da muss man Abstand einhalten und so. Aber normalerweise, es gibt ja auch den Begriff Hinterbänkler für die Leute, die auch im Bundestag sitzen, aber eben nicht so prominent sind. Vielleicht auch jemand, der eben zum ersten Mal reingewählt wurde. Vielleicht auch du, dachte ich, hockst du vielleicht ganz hinten. Das kommt ja historisch gesehen, glaube ich, aus England, aus dem Unterhaus. Und da ist es ja so, dass die neuen oder unbedeutenden Abgeordneten auf der hinteren Bank sitzen. In Deutschland ist es zumindest, was die Sitzordnung betrifft, jetzt so nicht ganz begründet. Okay. Wo beginnt denn die hintere Bank? Naja, ich war auch schon mal im Bundestag auf der Besucherebene und habe halt so runtergeguckt. Und wenn man so runterguckt auf das Rednerpult, dann sieht man manche Hinterbänkler gar nicht, weil sozusagen die Perspektive nicht gegeben ist. Genau, es wäre darunter. Ja, die sind halt später gekommen. Also du kannst dich schon so weit vorne hinsetzen, dass du gut erkennbar bist. Ich habe natürlich versucht, dann die pikanten Gesichter zu suchen im Bundestag und habe dann auch gesehen, dass Martin Schulz von der SPD zum Beispiel, glaube ich, in der 12. 13. Reihe saß. Und ich dachte mir so, hä, warum hockt der denn da ausgerechnet? Der war vor zwei Jahren noch Kanzlerkandidat. Ja, ist bei der SPD immer speziell mit ihren Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten. Da bist du schnell vom Gott Kanzler ganz hinten. Also der hat ja kein Amt mehr. Ja, klar. Das Bundestagsabgeordnete. Das Bundestagsabgeordnete. Und deswegen kriegt er keinen Platz reserviert von denen. Und deswegen muss er sich halt da einfügen, wo halt ein Platz frei ist. Und deswegen hat er keinen Anspruch, weit vorne zu sitzen. Aber es gibt keine feste Sitzordnung im Deutschen Bundestag. Ich habe mal gelesen, am Donnerstag geht es um 9 Uhr los und es geht dann bis nachts um 3. Dachte ich mir, what the fuck, warum eigentlich? Weil so viel auf die Tagesordnung gesetzt wird. Das haben wir jetzt auch verkürzt. Bis 3 Uhr nachts. Ja, warum? Also die meisten Applaus habe ich mal bekommen. Man kann ja seine Rede auch zu Protokoll geben. Also man hält sie nicht, sondern gibt einfach seine Rede ab. Und das wollte ich jetzt wieder zu Protokoll. Wenn es 2.30 Uhr geht es und du bist dran? Ja. Hältst du deine Rede dann vor dem halbleeren Saal? Oder ist da überhaupt noch jemand wach? Gibt es dann da so ein Streichhölzsein in den Augen? Die Kollegen kommen schon. Also wenn Gesundheitspolitik Rede ist, nachts um 2, dann gehen da alle Gesundheitspolitiker hin. Und setzen sich da hin und hören sich es an. Ja, wir sind schon diszipliniert, ja. Und dann hört man sich das an. Aber die meisten Applaus habe ich bekommen, als ich dann als einer der letzten Redner nachts um 2, als dann verlesen wurde, ist der Kollege Pilsinger, gibt seine Rede zu Protokoll. Da steht dann im Protokoll des Parlaments, im Wortprotokoll, Applaus über alle Fraktionen. Habe ich noch nie bekommen. Damit du nicht mehr sprichst und alle ins Bett gehen können. Ja, weil alle sich gefreut haben, dass sie sich die vier Minuten sparen können und sie endlich ins Bett gehen können. Krass. Ich finde es voll, ich finde es bescheuert eigentlich. Also ehrlich gesagt, als Bürgersicht, 9 bis 3 Uhr, dass da Leute um 2 Uhr noch rumstehen und reden. Was soll das? Wer schaut sich das an? Das ist ja für die Öffentlichkeit eigentlich. Also es werden ja nicht nonstop alle Reden auf Phoenix übertragen. Man kann sich ja jede Rede auf der Bundestagsseite nochmal anschauen, sich die Rede auswählen. Aber das hängt auch damit zusammen, dass früher viel mehr Reden zu Protokoll gegeben worden sind. Dann haben sich halt alle geeinigt. Wir geben alle unsere Reden zu Protokoll. Aber als die AfD dann neu ins Parlament gekommen ist, haben die halt angefangen, ja, wir sind permanent alle da, obwohl das nichts bringt. Und wir wollen unsere Reden alle halten und nie zu Protokoll geben. Und die haben halt damit den Parlamentsbetrieb bewusst irgendwie in die Länge gezogen mit so Geschäftsordnungstricks. Aber das geben die jetzt auch immer mehr auf. Weil es so anstrengend ist wahrscheinlich. Weil es nervig ist und nichts bringt. Und selbst denen ihre Wähler irgendwie mal gerafft haben, dass die einfach dann nur Ärger machen wollen. Und dann haben auch die hier eingesehen, ja, machen wir irgendwie weniger so Spielchen. Aber bist du dann von neun bis um zwei im Parlament durchgehend? Nein. Ich habe ja erzählt, man geht meistens nur zu den Diskussionen, die einen irgendwie als Fachpolitiker betreffen. Also ich gehe zu allen Reden, Gesundheits- und Familienpolitik. Und ich gehe da manchmal noch zu Reden, wo ich persönliches Interesse dran habe. Und wenn ich keine Termine, anderweitigen Termine habe. Nämlich, ich habe ja neben den Reden und neben der Parlamentstätigkeit direkt im Parlament ja auch noch andere Aufgaben. Und deswegen, ich gehe hin, wenn ich Zeit habe oder wenn meine Fachthemen laufen. Am Rednerpult steht auch immer ein Glas Wasser. Aber ich sehe im Publikum nie jemand Wasser trinken. Warum? Ich glaube nicht, dass es erlaubt ist, im Parlament zu essen und zu trinken. Also essen darf man auf keinen Fall. Also ich glaube, trinken, das geht auch nicht klar. Aber das ist doch verrückt, weil neun bis drei Uhr und dann darf man nichts trinken. Du kannst ja rausgehen und da vor dem Eingang zur Parlamentstüre steht so ein Wasserspender, kannst du was trinken. Es gibt ja auch eine Kantine. Es gibt ja auch Leute, die wollen vielleicht mal ein paar Stunden im Parlament sitzen und vielleicht mal zwischendurch einen Schluck Wasser trinken. Also mit Wasser weiß ich es nicht, aber ich glaube, man darf so eine Trinkflasche nicht mit reinnehmen. Also essen darf man auf keinen Fall. Das ist einfach nach Geschäftsordnung verboten. Und wenn man rausgeht, dann kann man da jederzeit essen und trinken, wie man möchte. Ist ja nicht weit weg. Im Sommer wird es wahrscheinlich auch ziemlich heiß sein und dann hält man vielleicht eine Rede. Dann gab es ja eine, die es erschöpft und danach bleibt man noch zwei Stunden und dann kippt man da um. Ja, es gab ja einige, die umgefallen sind, als wir diese Permanentredner gemacht haben. Wir haben dann irgendwann die Permanentredner. Also dass wir so spät nachts und am nächsten Morgen ging es gleich wieder los. Da waren alle relativ am Ende und dann war es heiß und stressig und was auch immer. Und dann hat man ja dafür gesorgt, dass irgendwann mal weniger Themen auf die Tagesordnung gesetzt worden sind, dass es am Donnerstag nachts nicht mehr so lange geht. Man hat dann schon was da auch gegen getan. Und dann gab es auch ein paar Kollegen, die sind dann einfach kollabiert. Und da bin ich sogar als Arzt dann irgendwie ein, zwei Mal zum Einsatz gekommen. Es gibt ja wahrscheinlich nicht nur dich als Arzt im Parlament. Es gibt noch in anderen Fraktionen wahrscheinlich auch Ärztinnen und Ärztinnen. Fünf, sechs Ärzte sind vor allem im Deutschen Bundestag. Und dann stürmen die vor zum Pult und helfen? Ja, die müssen erstmal alle anwesend sein. Als ich da war, in dem einen Fall waren nur der Karl Lauterbach und ich da. Und im anderen Fall war ich alleine da. Also je nachdem, wie viele Ärzte halt da sind. Wir haben eine Parlamentsärztin auch, aber die muss erstmal kommen. Und wo sitzt die denn? Die hat unten im Keller ihre Rohrmütze. Achso, aber die sitzt nicht oben mit dabei. Nein, nein, und du hast den Fall der Fälle, ist die da. Ja, die macht sowas wie Impfungen, betreut die Mitarbeiter, ist wie eine Art Betriebsärztin. Zum Schluss mal ein kleines Fazit nach vier Folgen, in denen wir über ganz vieles gesprochen haben. Finde ich zum Beispiel über den FC Bundestag. Du hast mir erzählt, dass Abgeordnete auch gerne mal die kompletten vier Jahre in Berlin im Hotel wohnen. Oder auch ein Wahlkampfsong in Bayern vor allem dann funktioniert, wenn die SZ die Band auch gut findet. Sagst du zumindest. Dann kriegt man weniger Shitstorm. Macht dir Bundestag alles eigentlich Spaß? Ich habe sie immer so als ein Projekt im Bereich der politischen Bildung auch begriffen, weil ich das Gefühl habe, dass viele Leute sich das Leben als Politiker oder als Bundestagsabgeordneter ganz anders vorstellen, wie es wirklich ist. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich ein paar Punkte anbringen konnte, die vielleicht dazu beitragen, dass die Menschen ein anderes Bild auf die Arbeit als Abgeordneten entwickeln können. Okay. Ich frage deshalb, weil du hast mir ja erst einmal für vier Folgen zugesagt. Wir sind heute am Ende von Folge vier und deswegen wollte ich fragen, wir haben es nicht vorher besprochen. Willst du in Zukunft auch am Start sein? Ja, ich glaube, wir müssen mal darüber reden, was wir denn überhaupt noch besprechen wollen. Es gibt so viele. Ich habe so viele Fragen noch. Und ob das Themen sind, die bei den Menschen irgendwie Interesse auslösen können. Ich habe immer gesagt, ich mache nicht irgendwas einfach der Sache wegen, sondern wenn ich darin irgendwie einen persönlichen Mehrwert sehe für die Allgemeinheit. Und wir können gerne darüber sprechen, über was wir denn sprechen wollen. Und dann bin ich auch offen, dass wir über das, was, wenn es sinnvoll ist, auch nochmal ein paar Folgen machen. Okay. Bin ich mal gespannt. Müssen wir mal ausmachen nach dem Podcast. Müssen wir mal nach dem Podcast drüber reden, was du dir da vorstellen kannst. Wenn es sinnvoll ist, machen wir noch ein paar Folgen. War jetzt vielleicht nicht die Antwort, die ich erwartet hatte. Aber direkt nach dem Podcast sprechen wir also wirklich darüber, wie es weitergehen könnte. Und Stefan Pilsinger sagt eigentlich was, was ich gut finde. Er möchte weiter offen sprechen. Er möchte keinen Wahlkampf machen müssen bei Bundestacheles. Und das will ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich will ja Real Talk aus dem Bundestag. Der Wahlkampf, der geht aber eben langsam mal los. Spätestens dann richtig ab Mai. Und deshalb gibt es eine klare Deadline mit Stefan Pilsinger bis Mai. Wie viele das werden und zu welchen Themen, haben wir noch nicht besprochen. Aber keine Sorge, ich habe noch total viele Themenideen und sehr, sehr viele Fragen. Wenn ihr welche habt oder wenn ihr grundsätzlich eine Idee hättet, wie es dann weitergehen könnte, schreibt mir doch einfach. Auf Instagram zum Beispiel als DM an atbundestacheles oder auf www.bundestacheles.de. Bundestacheles ist ein Podcast von Christian Ort. Musik und Sound-Elemente kommen von Bastian Zeiselmeier. Dass der Podcast Bundestacheles heißt, war die Idee von Jasmin Körber. Sie hat von Anfang an redaktionell und technisch supported. Ebenso wie Thomas Becht und Bianca Taube. Das bin ich. Ich habe auch das Farb- und Fotokonzept zu diesem Podcast gemacht. Und wenn ihr Fragen zu Bundestacheles habt oder Feedback, dann schreibt einfach. Zum Beispiel per DM auf Instagram. Atbundestacheles Inhalt für dich. Und zwar 1976 für majesty vieler Vertrauen auf Black Hat. Aber das war heute ja noch nicht. Vielen Dank.